Sind wir ja schon auf Sendung? Nein, nicht auf Sendung, aber auf Aufnahme. Okay, hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, wie ihr seht, wir sind mal wieder in unserem Wohnraum. Vor einem Jahr saßen wir auch hier und da haben wir gedreht, Best of Ossi und Helle 2017. Ich blenden es ein. Könnt ihr nachschauen. Wir finden, wir haben es uns erst gestern wieder angeschaut und wir fanden es immer noch schön, das Video. Also vielleicht, wer es noch nicht gesehen hat, können wir empfehlen. Wir machen das dieses Jahr anders. Wir wollen natürlich auch ein kleines Weihnachtsvideo machen. Dieses Jahr machen wir es anders. Wir wollen uns bedanken, machen wir sehr selten, aber jetzt in dem Fall auf jeden Fall für eure Treue. Für eure vielen Daumen nach oben. Ja, und vor allen Dingen auch für die vielen netten Kommentare und die vielen netten Kontakte. Wir haben sehr viele oder sehr viele im Verhältnis. Wir haben einige von euch persönlich kennengelernt auf den Messen oder auch bei den Ausflugszielen. Ja, auf Stellplätzen. Es hat uns immer gefallen, die Kontakte. Ja, die waren ja auch immer sehr nett. Man konnte sich gut unterhalten über das Campen allgemein und wo muss. Also es war immer sehr interessant. Ja. Und wir haben vor allen Dingen auch, kann man sagen, eine Freundschaft geschlossen mit Vloggern. Ja. Mit Bewerbern, will ich nicht sagen. Nein, wir sind einfach nur auch Vlogger, die auch Spaß haben an der Filmerei. Und das freut uns ganz sehr. Das hat schon auf der CMT angefangen 2018. Ja. Da haben wir Jens und Manu kennengelernt. Genau. Und jetzt dann in Düsseldorf. Caravansalon. Ja. Sven und Laimar. Olli und Manu. Olli und Manu. Nicole und Jörg. Nicole und Jörg. Und dann jetzt vor allen Dingen dann auch in Leipzig noch den Türk. Ja. Und natürlich auch noch andere, mit denen wir aber jetzt nicht unbedingt so einen größeren Kontakt halten. Ja. Wir grüßen alle, an dieser Stelle recht herzlich. Ja. Und dann, was steht 2019 an? Wir machen natürlich 2019 weiter. Wir freuen uns schon. Wir haben auch schon einige Sachen in der Überlegung. Aber zunächst steht 2019 eine massive Lebensveränderung an. Eine Trennung. Seid jetzt aber nicht traurig oder überrascht. Nicht zwischen uns. Nein. Zwischen uns ist alles bestens. Keine wilden Spekulationen. Und auch nicht zwischen Kustel und uns. Genau. Den geben wir nämlich auch nicht her. Nein, der läuft gut übrigens. Also das ist alles soweit in Ordnung. Eine kleine Zwischenmeldung. Ja. Es steht eine andere Veränderung an. Massiv. Wir melden uns da im Januar diesbezüglich und werden... Es steht also keine Veränderung an, was euch betrifft. Sondern es betrifft einfach eigentlich einfach nur unsere Lebenssituation. Ja, wir wollen jetzt nur noch drüber reden da offiziell. Wir wollen euch auch nicht auf die Folter spannen, obwohl wir es jetzt gemacht haben natürlich. Aber es ist nicht so dramatisch, als auch jetzt bei euch. Ja. Und schon. So, was habe ich mir noch aufgegeben? Ja, wir haben drei Messen besucht. Wir waren auf der CMD 2018. Wir waren am Caravan Salon. Da haben wir viele Videos drüber gemacht. Wir waren auf der Messe in Leipzig. Und wir werden auch, so wie das aussieht, auch der CMD in Stuttgart sein. In Januar. Anfang Januar. Mitte Januar, oder? Ja, Anfang Mitte Januar. Wir haben 54 Videos online gestellt 2018. Also waren wir schon fleißig. Eine ganz schöne Menge, ja. Und wir haben insgesamt jetzt schon fast 650.000 Aufrufe. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Treue. Vielen Dank für die Daumen, die ihr uns gegeben habt. Ja, für die vielen lieben, netten Kommentare. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also diese Kommentare, die freuen uns. Und ich habe das letztendlich irgendwo mal geschrieben. Wir haben auch nichts gegen einen kritischen Kommentar. Das ist überhaupt kein Problem. Aber was natürlich kein Mensch will, ist, dass er belehrt wird, dass er gemaßregelt wird oder dass er beleidigt wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Und solche, die tun wir einfach raus. Da diskutieren wir auch gar nicht lang rum. Weil mit manchen Menschen lohnt es sich gar nicht zu diskutieren. Ja, aber da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht näher drauf eingehen. Nein. Weil ihr seid nämlich alle nett. Ja. Doch, ja, oder? Ja. Also uns gefällt es und wir werden weitermachen. Wir machen weiter Videos und das mit einer riesen Begeisterung. Ja, immer mehr. Und unser Anspruch ist eigentlich auch immer noch besser zu werden. Es soll lustig sein, ein bisschen unterhaltsam, sodass die Zeit, wenn ihr uns einen Film von uns anschaut, wie im Fluge vergeht. Ja, das hast du aber schön gesagt. Ja. Ja, also jetzt wollen wir euch nicht langweilen, würde ich sagen. Ja. Ihr kriegt noch ein paar Impressionen vom Konstanzer Weihnachtsmarkt als Einstimmung auf euren Weihnachtsmarkt, der bei euch in der Ecke ist. Leider haben wir keinen Schnee hier. Nein. Wir sind nicht im Schwarzwald, sondern wir sind in Konstanz. Da ist uns immer ein bisschen weniger Schnee. Aber wir hoffen, die Bilder gefallen euch trotzdem, die wir euch noch einspielen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch schöne Adventsfeiertage, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 2019. Ja. Dann sehen wir uns wieder. Genau. Tschau. Tschüss. 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 Tür Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.